Hallo, wir sind die Fliesenfirma mit jahrzehntelanger Erfahrung, gepaart mit dem Blick aufs Aktuelle. Bei uns finden Sie von der Standardfliese über das Mosaik bis hin zur Großformatfliese alles. Hallo, herzlich willkommen in der Ausstellung. Kompetent führen wir Sie durch unseren Ausstellungsraum. Natürlich nehmen wir Ihre Wünsche und Ideen ernst, beraten Sie aber auch gerne, sofern Sie noch keine Vorstellungen zu Ihrem Bauprojekt haben. Anhand des Grundrisses finden wir für Sie die perfekten Fliesen. Zeitdruck verspüren wir dabei nicht. Wenn Sie glücklich sind, sind wir es auch. Bevor das Bauvorhaben beginnt, fachsimpeln wir auf Augenhöhe und tauschen uns aus. Sehr gerne beraten wir unsere Kundschaft fort über die Möglichkeiten einer modernen Bausanierung. Um Ihre Vorstellungskraft zu verstärken, nutzen wir Zeichnungen auf dem Papier und manchmal auch an alten Fliesen. Das Tablet vertreibt letzte Zweifel. Noch offene Fragen klären wir gerne bei uns anhand der modernen 3D-Animation Ihrer Räumlichkeiten. Nach dem Handschlag beginnt unsere Leidenschaft für das Handwerk. Wir zeichnen an, arbeiten nach Plan, schleifen Kanten, bohren Löcher. Wir setzen an, wir geben zu und wir mischen mit viel, viel Freude. Auf der Baustelle fühlen wir uns wieder heim. Kein Staub, dank Staubschutz. Sauberkeit schreiben wir groß. Effizientes Arbeiten übrigens auch. Wir möchten auch in diesem Sinne die Bauzeit so kurz wie möglich halten. Deshalb muss jeder Handgriff sitzen und jede Fliese passgenau sein. Beim Fliesensetzen haben wir definitiv den Dreh raus. Nach der letzten Politur erscheint Ihr Bauprojekt in neuem Glanz. Hochwertig, individuell, nach Ihren Wünschen und vor allem zweckmäßig und sinnvoll in der täglichen Nutzung. Wir sind erst zufrieden, wenn's perfekt ist. Ihr Lächeln ist unser Anspruch. Und wir sind täglich Bauherrnlächeln. Natürlich gestalten wir nicht nur Bäder, sondern auch Wohnräume, öffentliche Einrichtungen, Foyers, viele Gaststätten, zahlreiche Restaurants, Hotels, Wohnungen und alles andere, was Sie sich gefließt vorstellen können. Kommen auch Sie zu uns in die Ausstellung und lassen Sie sich von uns kompetent beraten. Selbstverständlich können Sie bei uns auch Fliesen zur Selbstverlegung kaufen. Gerne stellen wir Ihnen ein Komplettpaket für alle benötigten Materialien zusammen. Wir von FliesenGraf und unser Team freuen uns auf Sie.